Los geht's. Ja, wir wollen sie noch mal reinholen. Schauen wir mal, dass ich sie reinlassen soll. Wollen wir sie reinlassen? Zwei Damen? Die hoffen Landau Sahip hier zu treffen. Landau? Dann füllen sie erst mal ins Haus. Guten Abend, ich hoffe ich komme nicht zu spät. Wie ist der Landau da? Oh, Sie kommen gerade noch im rechten Augenblick. Er war gerade auf Safari zurück nach Bombay. Ramu, retten Sie ihn aus den Armen von Lady Eppingham. Sie befinden sich auf dem Rasen. Ja. Bitte entschuldigen Sie meinen unangemeldeten Besuch. Oh, Sie brauchen mich nicht zu entschuldigen. Mein Name ist Vala Lupita. Martha Eppingham, angenehm. Freut mich. Ja, hallo. Guten Abend, Mr. Eppingham. Meine Schwester Annie. Es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie ich mich erst freue. Ich bin eine Kollegin von Mr. Landau. Ah, von der gleichen Kanzlei. Ja, aber ich bin natürlich Erfresserin darin. Sie wollen doch nicht Rechtsanwältin werden, oder? Wieso nicht? Ah, viel zu extravagant. Heißt das etwa, Sie würden meine Dienste nicht in Anspruch nehmen? Ganz im Gegenteil. Darf ich Ihnen einen Trink anbieten? Ja, danke. Whisky, Sherry, Brandy? Ein Gott Sherry bitte. Miss Lupita, möchten Sie mich setzen? Danke. Halbtrocken einverstanden? Ja, danke. Ramo hat etwas von zwei Damen gesagt. Ja, Mrs. Horrocks. Mrs. Horrocks? Ich habe Sie gebeten, im Taxi zu warten, bis ich mit Mr. Landau gesprochen habe. Wenn das meine Schneiderin ist. Ach, wenn das meine Schneiderin ist, werde ich ihr sagen, dass es mal grün war und eingelaufen ist. Ähm, Miss Lupita ist Landauspartnerin. Ich habe Ihnen für den letzten Weißer vorgesehen. Daddy Eppingham. Daddy Eppingham. Miss Lupita gehört zu meiner Kanzlei. Tschüss. Ein Tschüss.